Ähm, ja, dazu sagen wir jetzt mal nichts. Es stand ein neuer Shooting-Tag an. Und nachdem wir mit Cody durch waren, habe ich mir auch schon Mary geschnappt. Die Maus war, wie man sieht, hochmotiviert. Wir hatten heute auch nicht allzu viel geplant, denn der Boden war durch den Regen immer noch relativ schlecht. Aber natürlich stand erst mal Putzen an, denn die Maus hat sich wieder mal so richtig schön eingesaut. Und bevor ich euch die Reize sehen zeige, kläre ich noch einmal diese Situation auf. Wir Reiter kennen es alle, wenn das Pferd die Ohren für ein Bild nach vorne nehmen muss. Und ja, es sieht doof aus, aber man muss Prioritäten setzen. Jetzt aber zum Mary. Wir haben wieder mal im Schritt erst mit Seitengängen angefangen. Und wegen dem Boden sind wir heute zwar nur getrabt. Die Maus hat so krasse Fortschritte gemacht. Wir können die Lösungsphase auch wieder in den Trab verlegen, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Und auch die Wendungen klappen jetzt echt schon super am äußeren Zügel. Sie rennt nicht mehr so unter mir weg und sie bricht mir auch nicht mehr über den äußeren Zügel aus. Das ist jetzt alles eine super Grundlage, auf der wir richtig schön aufbauen können. Ich zeige euch demnächst auch mal ein Vergleichsvideo, denn das sind inzwischen Welten. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann folgt uns doch einfach. Okay.